Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat die Entfernung von Barrikaden und Straßensperren im nördlichen Teil des Kosovo angekündigt. Nach 19 Tagen Blockade einigte man sich auf einen Kompromiss und die Entschärfung der Situation. Am vorläufigen Höhepunkt der Spannungen hatte Serbien seine grenznahen Truppen in Kampfbereitschaft versetzt. Das ist kein einfacher Prozess und kann nicht in zwei Stunden erledigt werden, so wie manche sich das vielleicht vorstellen. Doch innerhalb von ein bis zwei Tagen werden die Barrikaden beseitigt sein. Aber das Misstrauen wird nicht beseitigt. Die, die mit der Existenz der Serben im Kosovo spielen, müssen wissen, dass wir das nicht zulassen. Und so, wie wir es jetzt nicht zulassen, werden wir es auch in Zukunft nicht zulassen. Das Verbot serbischer Nummernschilder durch die kosovarische Regierung hatte zu den jüngsten Spannungen geführt. Ein ehemaliger kosovo-serbischer Polizist, dessen Verhaftung eine schwere Krise zwischen Serbien und dem Kosovo ausgelöst hatte und international Aufsehen erregte, wurde aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt. Spannend! Bis zum nächsten Mal.